Wir hatten halt nur uns zum Spielen, wie so Kinder. Und ich glaube, dadurch ist diese Freundschaft auch so eng geworden. Das ist ein Geheimgang. Ey Leute, wir machen hier unten Späti-Party. Das ist so übertrieben, illegale Scheiße und ich bin immer noch auf Bewährung. Ohne dreckige Geschäfte, ohne Drogen. Wer macht Para? Wir machen Para. Herzlichen Glückwunsch erstmal nochmal zur zweiten Staffel von Para Wir Sind King. Deswegen meine erste Frage, wie überwältigt wart ihr vom Erfolg der ersten Staffel? Habt ihr überhaupt damit gerechnet? Wir haben uns super gefreut über den Erfolg und wir haben mega schönes Feedback bekommen von so vielen unterschiedlichen Menschen. Leute aus allen möglichen Milieus und unterschiedliche Altersgruppen. Und es ist wirklich, wirklich schön. Es hat uns sehr gefreut. Ich erinnere mich noch, als wir zusammen im Café saßen, da kam Para auf Amazon raus und dann hast du erzählt von Leuten, die dir schreiben und sagen, ich bin so dankbar, Hadra zuzusehen, weil das bin einfach ich. Und ich glaube, das waren so die Momente, die uns am meisten gefreut haben, dass sich Mädels gesehen fühlen, die vorher nicht gesehen wurden. Und ich krieg Gänsehaut, wenn ich es jetzt sage. Ich glaube, das war für uns so das Überwältigendste. Boah, das hat sich vielleicht noch so weird an, aber ist das vielleicht ein Job oder so? Para ist eine Serie mit vier sehr starken weiblichen Hauptrollen, was ich irgendwie mega empowernd finde. Was würdet ihr sagen, zeichnet eure Figuren aus oder wie haben sie sich vielleicht auch sogar entwickelt? Ich würde sagen, Razzac hat sehr klare Prinzipien. Also in der ersten Staffel ist sie so in ihrem Kopf, dass sie sich ganz klar baut, wie sie sich ihre Zukunft vorstellt, weil bei ihr auch immer viel Angst mitspielt, viel Angst abzurutschen, was sie ja von den Mädels auch, also die kennen das ja, sie wissen, wie es ist abzurutschen. Und ich glaube, das möchte sie nicht, dass sie sich sehr klare Prinzipien einfach aufbaut über die Zeit. Und am Ende der Eins passiert dieser Unfall, wo ja unklar ist, ob sie denn überlebt oder nicht. Und ich glaube, das rüttelt bei ihr nochmal einiges auf, dass sie einfach merkt, es funktioniert nicht, wenn man sich die Dinge so starr baut, sondern irgendwie muss es von innen herauskommen. Ja, ich glaube, bei Hadra ist es so, dass sie sich in Staffel Eins sehr von ihrer Wut und ihren Emotionen, dem ganzen aufgestauten Hass auch oder auch so dem Gefühl der Ungerechtigkeit leiten lässt. Und in Staffel 2 kommt sie ja gerade, hat diese 100 Sozialstunden absolviert und irgendwas hat in ihr stattgefunden, ein Umdenken, das vielleicht mal nicht die Schuld in den anderen, sondern vielleicht mal bei sich ansetzt. Alter, wie so spielt sie und die beiden sind gerade alles für mich. Verschwinde. Meine nächste Frage geht nämlich so ein bisschen weg inhaltlich von der Serie und ja, geht mehr auf eure Freundschaft ein, weil ihr ja eben nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera sehr, sehr eng befreundet seid. Ihr habt zusammen gewohnt, also was hat es auch das, was sich euch dann letztendlich so zusammengeschweißt hat, sage ich mal? Ich denke alles, also beide Ebenen. Einmal das Miteinander spielen und miteinander arbeiten, aber auch zusammen leben. Und dann sind wir natürlich auch in der Corona-Zeit zusammengekommen. Das heißt, über diese drei Monate hatten wir auch nur uns. Und es war super schön, weil es gab nichts Wichtigeres zu tun oder niemand hatte irgendwie andere Verabredungen oder so. Wir haben wirklich jede einzelne Sekunde miteinander verbracht und haben zu vielen Partys geschmissen in unserem Haus. Haben zu viel gekocht, haben zu viel uns massiert, haben zu viel, also wir haben so alles miteinander gemacht. Wir hatten halt nur uns zum Spielen, wie so Kinder und ich glaube dadurch ist diese Freundschaft auch so eng geworden. In der Serie hat man irgendwie, finde ich, das Gefühl, als Motto steht oben drüber irgendwie so gemeinsam durch dick und dünn, so mäßig. Was macht für euch eine gute Freundschaft aus? Oder was bedeutet für euch Freundschaft? Ich glaube, eine Sache, die auch in der Serie ganz gut zu sehen ist, ist, den anderen zu nehmen für das, was er ist und was er sein möchte. Und ihm das zu lassen und die Person trotzdem zu lieben und trotzdem loyal zu sein, trotzdem zu respektieren. Also, dass eine Rolle wie Razak, die ein muslimisches Upbringing hat, mit einer Fanta, die queer ist, so eine intime Freundschaft führt, das bedeutet für mich Wahrhaftigkeit. Also, da gibt es kein Urteil oder keine Scheu oder sowas und ich glaube, das ist mit das Wichtigste. Und die Mädels, alle vier sind so unterschiedlich auf ihre Arten und Weisen und haben alle so ihre Macken, aber auch ihre Schönseiten und sie lassen sich gegenseitig sein. Also, jede darf sich so entfalten, wie sie es möchte und das ist genau das, was die Freundschaft so besonders macht und was sie so zum Leben bringt. Das würde ich genauso unterschreiben, ich glaube, genau das ist es. Einfach, dass so unterschiedliche Qualitäten zusammenkommen und das macht das Leben ja auch so aufregend. Ich meine, wenn wir alle gleich wären, wäre ja auch langweilig. Wie lange glaubst du, brauchst du es, bis ich alles wieder normal machen kann? Ein halbes Jahr, damit musst du schon rechnen. Also, ihr habt irgendwie immer ja so ein großes gemeinsames Problem oder irgendwie eine Schwierigkeit oder Hürde, die ihr befältigen müsst. Aber trotzdem hat jede von den vielen ja auch immer so ihr eigenes Ding noch am Laufen, womit sie irgendwie klarkommen muss. Wie schafft man es, sich selbst treu zu bleiben, denn auch bei solchen Sachen? Gute Frage, nächste Frage. Ich glaube, das ist so die Frage, die viele Schauspielerinnen beschäftigt, weil mir fällt es tatsächlich schwer, innerhalb der Drehzeit überhaupt rauszufinden, wo ich da selbst gerade bin. Weil es verschwimmt alles so sehr, die Gefühle der Figur und meine Gefühle und irgendwie so, das ist für mich ein Raum, der immer noch sehr, sehr viele ungeklärte Fragen mit sich bringt. Aber das ist total spannend eigentlich auch, weil dadurch, dass ich so sehr Denkmuster dann von Hadjra annehme oder von der Figur, der ich jeweils bin, merke ich auch, wie sich meine eigene Stimmung verändert oder meine Meinung zu bestimmten Dingen. Und dann frage ich mich halt immer, wie viel von dem, was wir sind, ist halt von uns selbst gemacht. Also das sind alles super große Fragen. Ja, voll. Ja, die kommen dann auf tatsächlich, wenn man so sehr in dem Leben einer anderen Figur ist und sich das aber so echt anfühlt. Ja, ich glaube, genau das ist eigentlich eine Chance und das ist eigentlich so was Schönes, was da passiert, wenn man anfängt, aus einer anderen Figur heraus zu fühlen und die Welt mit anderen Augen zu sehen, dann erweitert sich nicht nur die Perspektive der Figur, sondern es erweitert sich so viel mehr, der Blickwinkel wird so viel größer, man geht mit anderen Augen durch die Welt. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber man entwickelt Empathie für Menschen, deren Struggles man vorher nicht verstanden hat oder zu denen man keinen Bezug hatte. Ich habe noch eine poetische Frage. Ihr seid ja in der Serie irgendwie manchmal extrem tough, manchmal aber auch sehr verletzlich, emotional. Welche Message würdet ihr persönlich gerne jungen Frauen oder Mädels ganz generell gerne mitgeben? Boah, das ist eine Riesenfrage. Trau dich zu sein, wer du sein willst und verliere deine Wurzeln dabei nicht. Sei dir im Klaren darüber, in was für einem Umfeld du dich befindest und appreciate das für das, was es ist. Und trau dich zu wachsen. Ich glaube, ich würde noch ein bisschen weitergehen und sagen, sei nicht, wer du sein willst, weil das bringt so Konzepte mit sich. Sondern sei einfach. Versuch dich nicht, die ganze Zeit zu beschreiben oder in irgendwelche Kategorien zu quetschen. Weil wir funktionieren nicht in Kategorien. Also Hajra ist zwar tough nach außen, aber sie ist auch ziemlich verletzlich im Inneren. Und Razak zum Beispiel ist nach außen, scheint sie manchmal so, als hätte sie alles im Griff und innerlich tobt es in ihr aber auch ganz schön, oder? Und also ich meine, so diese Gegensätze, die haben wir alle in uns und wir verändern uns die ganze Zeit. Wir müssen uns nicht in bestimmte Kategorien stecken lassen, um uns zu beschreiben, weil wir sind so viel mehr. Und das lässt sich halt nicht so begrenzen. Ja, das unterschreibe ich genauso. Cool. Und ja, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das war's mit den Fragen. Ich danke euch. Ich hatte voll viel Spaß, mit euch zu quatschen. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Ja, voll. War richtig schön. Ich werde aussteigen, ich will da raus. Deine Attitude ist noch faker als deine Hose. Wenn die Bullen irgendwas gefunden haben, dann rast dick aus!